Hallo, mein Name ist Mannhof Sandbote, 52 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Ich kandidiere im Wahlbezirk 13 für den Rat der Stadt Delroth. Seit fast 25 Jahren arbeite ich bei der Firma Graute und bin dort in der Arbeitsvorbereitung und Konstruktion tätig. Seit meiner Jugend bin ich hier in Steinaust in einigen Vereinen aktiv mit dabei. Ob das der Schützenverein ist oder der Angelverein, sei es der Tennisverein oder halt eben auch der Karnevalsverein. Da durfte ich 2014 Karnevalsprinz sein in Steinaust. Seit 2009 bin ich im Stadtrat und ich bin sehr froh darüber, dass wir mit zwei Baugebieten, die wir entwickelt haben, eine Perspektive für unseren Ort schaffen konnten. Einige Projekte konnten wir auf den Weg bringen, wie zum Beispiel den Kreiswerkerumbau, Renegierung im Alterradweg. Und diese Projekte möchte ich gerne erfolgreich abschließen. Dafür kandidiere ich im Wahlbezirk 13, um ein starkes Mandat zu erhalten. Vielen Dank. Vielen Dank.